Ich bin ganz neu hier, im ersten Semester. Naja, und eigentlich geht's auch so richtig erst los nächste Woche mit den Orientierungsveranstaltungen. Ehrlich gesagt fühl ich mich hier noch ein bisschen verloren. Ja, ich kenn auch noch niemanden so richtig hier in Frankfurt. Hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie ich Kontakt zu anderen Studierenden bekomme? Naja, es gibt viele Möglichkeiten. Meinst du dann eher Kontakt innerhalb deines Studiengangs oder allgemein an der Uni? Beides wäre gut. Also, für Kontakt innerhalb deines Studiengangs sind natürlich die Orientierungswochen, von denen du gerade gesprochen hast, eine ziemlich gute Möglichkeit, um in Kontakt mit Studierenden aus deinem Studiengang zu kommen. Außerhalb, so allgemein an der Uni, kannst du einfach bei Lehrveranstaltungen deinen Sitznachbar ansprechen. Und wenn ihr gemeinsam Aufgaben lösen müsst, so kommt man eigentlich automatisch in Kontakt. Okay, cool. Es gibt auch noch das Physik-Lernzentrum. Da kann man nachmittags immer zum Lernen hin. Und wenn du Fragen zu Aufgaben hast, kannst du die Tutorinnen dort ansprechen und die helfen dir dort bei Aufgaben, das sind Studierende aus höheren Semestern. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Möglichkeit, um in Kontakt mit anderen Studierenden zu kommen. Ja, das klingt super. Und wo ist dieses Lernzentrum? Ach so. Gleich hier drinnen. Ich kann dir das auch einfach kurz zeigen. Ich wollte da nämlich eh gerade zum Lernen hin. Echt? Ja, cool. Also in den ersten fünf Semestern war ich eigentlich so gut wie jeden Tag hier. Das hat mir selber selber beim Studieren geholfen. Ich hatte auch manchmal Fragen und war mir so ein bisschen unsicher mit meinen Aufgaben. Und das Lernzentrum hat mir dabei geholfen, dass es alles gar nicht so schwer ist, wenn man die richtigen Denkanstöße bekommt oder Lerngruppen findet, die alle dasselbe durchmachen. Und es sind immer zwei Tutorinnen anwesend, die dir bei allen Physikaufgaben helfen können. Okay. Und kommen hier nur Physikstudenten her? Nee. Auch BiologInnen, PharmazeutInnen, ChemikerInnen, sogar Lehramtsstudierende sind hier anzutreffen. Cool. Also alle Studenten, die Fragen zur Physik haben, kommen hierher? Ja, genau. Also jetzt hast du ein paar Denkanstöße bzw. Möglichkeiten, wo du zum Lernen hingehen kannst oder zum Leute kennenlernen. Die Uni Allgemein hat auch ein richtig cooles Freizeitprogramm, wo du Leute kennenlernen kannst. Oder du kannst dich an hochschulpolitischen Initiativen beteiligen. Aber lass uns am besten die nächsten Tage mal auf einen Kaffee treffen, dann können wir da ein bisschen drüber quatschen und ich kann dir das alles nochmal genauer erklären. Echt? Ja, super, gerne. Gut, dann will ich dich auch nicht länger vom Lernen abhalten. Alles gut. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Super, danke für den Kaffee. Ah, guck mal, da steht das Playbike vom Hochschulsport. Cool. Kann man da einfach mitspielen? Naja, du kannst hier Sportspiele ausborgen oder dich auch einfach mit einer Picknickdecke, die du dir dort auch ausborgen kannst, in die Sonne setzen. Lass uns das doch einfach gleich mal machen und dann können wir den Kaffee dort trinken. Ja, super. Was ist das denn? Das ist das Adorno-Denkmal. Das ist ein Schreibtisch und den haben die hier in einem Glaskasten ausgestellt. Das ist ja witzig. Sag mal, und das Playbike, ist das jeden Tag hier? Nee, aber fast. Dreimal die Woche fährt es zum Westend und einmal die Woche zum Riedberg, aber natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt. Ist ja echt mega. Vielleicht schaue ich hier nach den Vorlesungen nochmal vorbei. Oder auch einfach zwischen den Vorlesungen so als kleine Ablenkung. Also ich finde ja allgemein hat der Hochschulsport eine richtig coole Auswahl an Gesundheits- und Sportprogramm. Echt? Was gibt's denn da noch so? Also so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst. Die haben neben den klassischen Sportkursen haben sie zum Beispiel Stand-up-Paddling, Yoga oder Slackline, aber es gibt auch Sportarten wie zum Beispiel Spikeball, das siehst du da hinten. Das ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, das kennen noch nicht so viele Leute. Und das bieten die hier auch an oder sogar Lacrosse, was ich ziemlich cool finde. Das klingt ja echt super. Ja. Ah, da fällt mir noch was ein. Der Hochschulsport hat auch richtig coole Veranstaltungen, wie zum Beispiel Kruzi. Das ist so ein Gruppensingen, wo man einfach mitmachen kann, live musikmäßig und auch die Summer-Challenge. Die Summer-Challenge, da tritt man im Team in verschiedenen Sportarten gegeneinander an und da trifft man eigentlich auch immer recht coole Leute. Wow, das klingt ja echt mega cool. Sag mal, wo finde ich denn die ganzen Infos? Und Termine zum Hochschulsport? Ja, du kannst einfach Hochschulsport Frankfurt Goethe-Uni eingeben und dann kommst du auf die Homepage und da findest du eigentlich alle wichtigen Infos oder du folgst ihnen auf Social Media. Da aktualisieren sie auch immer ihre Termine und da findest du eigentlich auch alles, was du brauchst. Super, danke dir. Ja, bitte gerne. Hey. Hi. Hi. Freut mich, dass wir das heute gemeinsam machen. Das finde ich echt super. Ich bin total gespannt. So viele Campus. Sag mal, wo nimmst du mich nochmal genau mit hin jetzt? Also ich wollte dir heute das Studierendenhaus zeigen. Das Studierendenhaus ist sozusagen das kulturelle, soziale und politische Herz der Studierendenschaft der Goethe-Uni. Okay. Ah, guck mal. Hier ist Fabian. Ah. Fabian ist Mitglied im autonomen Inklusionsreferat. Hey Fabian. Was? Hi Dana. Hi. 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 Ich bin heute hier mit Sammy. Sammy ist Student im ersten Semester und ich zeige ihm so ein bisschen die Uni. Cool. Und ja, genau. Wir wollten ins Studierendenhaus und danach ins Café Kotz. Äh, ins Kotz? Ja. Kotz steht für Kommunikationszentrum. Okay. Ja, ja. Hey Fabian. Schön dich kennenzulernen. Du sag mal, was ist denn ein Inklusionsreferat? Jo. Ähm. Also, Inklusion ist eigentlich so ein bisschen das, was ihr jetzt hier auch gerade macht. Also, dass man sich gegenseitig hilft, so die alltäglichen Barrieren zu beseitigen. Und was wir im Inklusionsreferat machen, ist Studierende mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung chronisch Kranken, dass wir denen helfen, dass sie vernünftig ihren Studienalltag hinkriegen können. Also, dass die jetzt nicht die ganze Zeit damit auseinandersetzen müssen, wie sie am besten zum Campus hin oder zurückkommen und so weiter. Super, dass ihr euch darum kümmert. Und wie viele Menschen haben Probleme, am Campus zurechtzukommen? Ui, gute Frage. Also, das Deutsche Studentenwerk hat mal eine Studie gemacht, hat gesagt, okay, elf Prozent. Das heißt, das wären so 6.000 bis 7.000, so ungefähr, so ungefähr hier am Campus. Obwohl man natürlich sagen kann, wenn du Materialien vernünftig zur Verfügung stellst, also barrierefrei irgendwie zur Verfügung stellst oder dafür sorgst, dass der Campus für alle Personen irgendwie gut erreichbar ist oder dass es einen guten Campusplan gibt, dann nützt das am Ende ja wahrscheinlich allen. Also, dementsprechend würde ich sagen, sind wir in dem Sinne für diese elf Prozent, aber am Ende ist es dann vielleicht für alle besser. Ja, aber elf Prozent, das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Und ihr bietet eine Möglichkeit zum Austausch an? Ja, genau, genau. Jetzt war halt die ganzen Online-Semester, Corona und so weiter, da haben wir uns halt online vernetzt. Und es geht viel darum, dass wir mit den Leuten überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, also so Nachteilsausgleich, persönliche Assistenz, also so ungefähr das, was ihr hier auch macht, könnte man sagen. Und ja, genau. Und jetzt haben wir auch bald wieder Vollversammlung, weil halt wichtig ist, wir können die Leute vertreten, das machen wir halt auch gerne, das mache ich gerne, aber die müssen halt mit ihren Geschichten zu uns kommen. Und dann versuchen wir halt gemeinsam die Barrieren hier aus dem Weg zu räumen. Das ist so ungefähr das, was wir machen. Schön, euch hier getroffen zu haben, aber ich muss tatsächlich direkt weiter. Ja. Inklusion, da muss man ständig dran arbeiten. Aber euch dann viel Spaß. Ja, es hat mich sehr gefreut, dich zu sehen. Ja, voll. Super, dass es das in der Goethe-Uni gibt. Dann weiterhin viel Erfolg dir, Fabian. Ja, macht's gut. Viel Spaß euch noch. Danke. Tschüss. 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 Also das Studierendenhaus, wo wir jetzt gleich hingehen miteinander, ist quasi ein Treffpunkt für Studierende aller Fachrichtungen. Und im Studierendenhaus geht es eigentlich im Grunde darum, dass Studierende eigene Schwerpunkte setzen, wie zum Beispiel autonome Tutorien oder Diskussions- und Lesekreise. Und dort kannst du auch ganz viele nette, vor allem politisch engagierte Leute treffen. Und wenn du selbst mal eine Veranstaltung organisieren möchtest, kannst du das hier gerne machen. Ja, mal gucken, was mir da spontan einfällt. Du, aber mal ganz im Ernst, du hast gesagt, das Studierendenhaus ist auch ein politischer Treffpunkt. Was meinst du damit? Ach so, ja. Ja, wenn du dich politisch an der Uni einbringen möchtest, sprich also die Interessen der Studierenden in Gremien zum Beispiel vertreten möchtest, kannst du das über die Fachschaft deines Studienfaches machen oder über den Asta und der Asta ist hier auch angesiedelt. Wenn man allgemein Verantwortung an der Uni übernehmen möchte für die Studierendenschaft, dann schließt man sich am besten einer politischen Hochschulgruppe an und wenn es dann zu der Studierendenparlamentswahl geht, kann man sich aufstellen lassen und als Studierendenvertreter kannst du dann quasi aktiv das Unileben mitgestalten. Das klingt ja mega. Ja. Vielleicht kannst du mir später davon nochmal mehr erzählen. Gerne, gerne. Übrigens, wir haben hier auch ein Kino. Okay. Die Pupille. Und du kannst auch hier drinnen dann gleich gucken, vielleicht findest du das Programm. Da gibt es ganz viele ziemlich spannende Filme, sehr alternativ, also nicht so Mainstream und die Preise sind auch studierendenfreundlich. Aber lasst uns jetzt erstmal ins Café Kotz gehen. Da treffen wir jetzt gleich auch Freunde von mir und da gibt es nicht nur diese Bar- und Partyveranstaltungen, sondern auch Lesungen und generell echt coole Veranstaltungen, zu denen man auf jeden Fall hingehen kann. Okay. Ja, dann mal los.